Yo, was geht ab Leute? What's poppin YouTube? Willkommen zum ersten Foot Champions Rewards Pack Opening auf dem Kanal in FIFA 21, Junge. Heute will ich Packlack haben, heute will ich geile Spieler ziehen, wir werden meine Weekend League Rewards ziehen und ich werde mir Pelé gönnen. So ein Ding ist das. Mir ist scheißegal, ob ich ihn heute über Torheit kaufen muss, ich kaufe ihn mir heute, denn der Typ soll in meinem Weekend League Team rasieren. Scheiße, ich werde so Minus machen. Mein, wieso mache ich das? Wieso habe ich die Ansage gemacht? Leute, jeder der will, dass ich mir Pelé hole, der kann direkt ein Like da lassen. Auf Like geil angelehnt. Spaß beiseite, Leute, schaffen wir für das erste Foot Champions Rewards Video 5.555 Like. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das schaffen würden. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, Leute. Road to One Million ist noch am Start, das dauert noch ein Weilchen, aber wenn ihr jetzt alle abonniert, dann haben wir es vielleicht morgen geschafft. 300.000 Abos in einen Tag, wäre schmackhaft. Laber mich nicht voll, Wakes. Ab geht's ins Video. Let's go. Moin, Meister. Bin ich live? Mein Gott, Alter. Boah, 55.000. Boah, seltene Megapacks. Zwei Stuk. Zwei Stuk, Chef. Zwei seltene Megapacks. Stuk haben wir hier. Zwei Stuk. Oder wir haben vier seltene Stuk. Wie viele Stuk sollen wir nehmen? Los. Salat alles oder nicht Salat alles? Komm, Chef. Ich nimm einfach auf Korrekt, damit wir mehr Packs haben hier für den Stream, für mein Video. Vier Stuk mit. Vier seltene Megapacks. Die sind zwar untradable, aber für euch ist mein Account. Guck, ich war Rang 2. Ehre. Ja, so sieht's aus, Chef. So sieht's aus. Ganz einfach ist das Ding hier. Ein Workout. Erstes Pack-Workout. Dann hab ich das schon durch. Dann hab ich den Hasen schon durch. So ein Ding ist das. Komm schon. Erstes Pack-Workout. Aber Board, wir haben Board, wir haben Board. Eine Board. Portugal. Dann lenke ich mal kurz ab. Danio, dankeschön für dein Follower auf YouTube. Vielen Dank, dass du gerade abonniert hast. Alle anderen, die jetzt auch reinkommen in die Gang, ich küsse euren Nacken. Guerreiro aus dem ersten Pack an Trader Bill bringt mir sehr viel. Moin Meister. Noch ein seltenes Megapack haben wir hier. Komm schon. Ich möchte aus diesen vier Stück einen Workout mindestens haben. Ja, Meister. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Habe ich irgendwas verpasst? Wieso hat er ein Board? Haben alle CL-Karten ein Board-Chat? Laber doch nicht. Dank. Let's go, Party. Let's go. Boom. Das macht so Box-Ups-Probo-Fact-Team, die man sonst nie bekommt. Workout. Aber das ist ein Champions-League-Workout. Welcher? Nehmer. Hä? Alexandro. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus. 85er-Spieler ist Workout und so. Man weiß nicht mehr, was Sache ist. Ich schwöre, ich weiß nicht mehr, was Sache ist. Alexandro, Workout in meinen Division Rivals Rewards. Kann man dazu Pack-Lags sein oder ist das Swans? Ist 30k? Absolut Lash. Ich weiß nicht, was ich mache. Soll ich mich freuen? Soll ich mich nicht freuen? Division Rivals Rewards nehmen ein ganz anderes Kaliber an, als ich dachte. Einfach Workout 85er-Alexandro. Moin, Meister. Also ist alles ab 84 wahrscheinlich Workout, ne? Was? Kommt unser letztes seltene Mega-Pack. Einen Workout hatten wir, das war aber nicht so ein Reader-Workout, weil der hat nur ein 85er-Rating gehabt. Eigentlich will ich noch einen realen Workout haben hier, ey. Wieder aber ein Board. Das ist aber ein normaler Board diesmal. Schweiz. Bürki. Dann würde ich sagen, nach den Rivals Rewards gehen wir zu meinen Food Champions Rewards rüber. Und ja, ihr könnt mich alle hops flimmeln in den Kommentaren und im Chat. Ich habe nur Gold 1 geholt. Schmeckt nicht. Schade, Waits. Oh Mann. Egal, nimm mir mit. Wir kriegen trotzdem, man sagt ja mit Absicht, Gold 1 geholt. Wegen den 200k-Packs. Die sind eh besser als die 3.0 von Packs. Vertraut mir, die kommen weder. So, dann öffnen wir jetzt diese beiden Packs auf Moin. Ich hoffe, da kommt was. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Gold 1 Rewards. Und ich öffne einfach mal, ohne großartig rumzunabbern, mein erstes Pack. Und scheinbar ist Gold 1 doch nicht so die Meter. Mann. Florenzi und Olmo, Junge. Was soll ich damit, Dinger? Packler kommt gleich noch, ich sag's euch. Okay, ich bin jetzt nochmal rausgegangen, wieder reingegangen, damit Florenzi hinten ist, weil das Pack vorne immer besser sein soll, sagte mein Chat. Ich mache es einfach mit der Nase auf. Komm schon, jetzt aber. Ey, Dinger. Es fängt an wie letztes Jahr. Der Bruder hat zwar einen freshen Style, so Bad, man sieht, man denkt, mal Frisur, man denkt, mal. Aber Bro, real top, was soll ich damit? Junge. Bruder, bin Schwule auf dem Klo, mach Blät. Okay, Bro, da mache ich für dich direkt auf, komm. Der Bruder ist auf dem Klo und will die Packs gerade sehen, man kennt ihn. Den Hasen kennt, glaube ich, jeder. Walkout, 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 walkout. Walkout! Meine 100k Packs. Dafür habe ich sie mitgenommen. Packlack. Ramos! Nein! 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 Ramos! Wo bist du? Wo bist du, Bro? Wo bist du? Nein! Das wäre... Ui, aber ziehe ich in blau. Sehr, sehr nices Pack. Sehr, sehr nices Pack jetzt doch im Endeffekt noch geworden. Ziehe ich 20k fast. Pique auch nochmal so 16k wegen SBCs oder so. Ihr wollt alle ein Chatpack. Das ist ja nicht mehr normal, wie ihr diese Chatpacks immer fühlt. Aber der Wax wäre nicht Wax. Wenn er jetzt nicht eine Idee hätte, ne? Dann machen wir das jetzt so, ne? Chat. Dann sieht man euch auch alle im Video. Digger, das ist doch der Stream eures Vertrauens. Chatpack auf einem anderen Level hier. Mein 100k Pack Nr. 2 aus meinen Food Champions Rewards geht auf. Ich sehe nichts mehr. Ach, ich sehe auch nicht mal meinen Chat. Scheiße. Wo ist mein Chat hin? Jetzt sehe ich meinen Chat wieder. Komm schon, wir brauchen Workout. Wir brauchen einen Workout-Chat. Wir brauchen ihn. Gibt alles. Oha, Ronaldo. Workout? Wir haben safe ein Workout. Packlack. Packlack im Chatpack. Kavachal. Kavachal? Ah, Kavachal wäre, naja. Wäre ein bisschen moin, aber wäre schon okay. 200k Pack, zwei Workouts. Oh, Kavachal. Ah, ah. Ja, okay. Okay, okay. Immerhin zwei La Liga-Workouts. Nimmt man mit, ne? Nimmt man mit. Chat, blende ich wieder aus. Na, was soll man sagen? Roman, Yo-Oli ist noch am Start. Wokamboss. Meine Rewards waren so la la, ne? Waren so la la, muss ich sagen. Die Workouts waren zwar da, aber im Endeffekt nichts Besonderes. So, wir versuchen uns jetzt ein Pelé zu erbieten. Der ist hier bei 5.062.000. Dann ist hier noch einer bei 5.155, der in 5 Minuten ausläuft. Und einer für 5.3 sofort kauft drin. Und ich biete jetzt mal, damit die direkt wissen, dass ich hier ernst mache, direkt, direkt, direkt 5.090.000 auf den Mann. Dass die direkt wissen, dass ich das ernst meine. Dass ich den Mann haben will. Ich gucke mal, ob der frisch ist. Der ist sogar frisch. Chat. Oh. Ist der auch frisch? Der ist auch frisch. Ist der auch frisch? Ne, der ist nicht frisch. Den will ich nicht. Schmutz. Bro. Mach nicht so mit mir. Ich bin da. Ich bin da. Ich bring den Mann hoch auf 5.3 Millionen. Der ist frisch. Ich bin bereit, dafür mehr zu zahlen, als er eigentlich wert ist. Ich bin bereit, für den Mann auf den Tisch zu hauen. Aufs Holz zu hauen. Okay, Bro. Wenn du mit mir spielen willst, dann spiel mit mir. So, 5.2. Da ist er. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht, dass ihr da mitgeht, ne? Der bietende Boss. Hä, hä, der macht immer noch mit. Ich geh auf 50 hoch. Ist mir scheißegal. Es ist mir so egal. Ne, ich will den haben. Wenn ich einen Mann haben will, dann will ich den haben. 5.250.000. Oh, einer. Ha, der ist für 5.2 drin. Ist der frisch? Ist der frisch? Nein, der ist nicht frisch. Da ist noch einer für 5.2 gerade reingekommen. Und ich hab gerade auf den. Ha, ha, du Loster-Team. Du hättest einen für 5.2 glatt holen können. Guck mal hier. Komm, wir versuchen den für unter 5.2. Dann holen wir uns den jetzt für 5.2. So, 5.2 auf den geboten. Mäßig. Den will ich haben. Den kriege ich ja auch. Ey, der überbietet mich. Was soll da? 50k noch, dann Schluss. Die sollen wissen, dass es wieder ernst gemeint ist. Ich will den nicht spielen. Ich will den Mann haben. 5.2.50 ist eigentlich meine Schmerzensgrenze, ne? Wisst ihr was, Leute? Die haben mich sauer gemacht. Die haben mich sehr, 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 sehr sauer jetzt gerade gemacht. 5,3 Millionen. Nein, mein Team ist so teuer. Mein Team ist so teuer. 5,3 Millionen. Und den Mann haben wir. Den Mann haben wir. Den Mann haben wir. Wenn ich den Spieler haben will, dann kriege ich den Spieler. GG's. Willkommen im Team, Pelé. Ich hoffe, du fühlst dich bei mir wohl. Ich hoffe, du spielst so, wie du ausschaust. 10 von 10. 1 plus mit Sternchen. Abgelaufen. Fertig. Da ist der Mann. Für 5,3 Mio Coins. Ich hoffe einfach, er wird keine Enttäuschung. Und er kriegt auch direkt MS zu ST. Bam. Zack. Boom. Neben Rullit fühlt er sich einfach wohl. Neben Vieira. Neben Ronaldo. Neben Neymar. Neben Mbappé. Der Mann ist da, Leute. Für 5,3 Mio Coins. An der Stelle, Leute. Haben wir doch das perfekte Ende gefunden. Wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch gerne nochmal zum Abschluss ein Abo hier auf dem Kanal da.